Nächste Haltestelle Die Zeit Beim Innovation Bus war unsere dritte Station Die Zeit und im Helmut-Schmidt-Haus haben wir dort viel gelernt über agiles Arbeiten in einem Zeitungsverlag mit digitalen Geschäftsmodellen, die die Grenzen vermischen zwischen Print und Online. Wir werden in das Hauptarbo der digitalen Zeit weitere Inhalte integrieren, also wir werden es weiter ausbauen, wir werden natürlich auch zusätzliche Funktionen integrieren, wir sind da in sehr engem Austausch mit unseren Abonnentinnen und Abonnenten und fragen natürlich auch, was Wünsche sind, was Anregungen sind und natürlich werden wir es auch technologisch up-to-date halten, der Markt entwickelt sich weiter und da werden wir natürlich mitgehen. Vielen Dank.